Hallo Leute draußen, hier ist nochmal ein Artikel, der es meiner Ansicht nach, wenn man zwischen den Zeilen liest, in sich hat. Wir haben hier Welt. Man fühlt sich bevormundet, man fühlt sich genutscht. Eskalierend für die Corona-Impfquote. TV-Kritik Markus Lanz. Ich habe es aber nicht gesehen, aber ich gehe mal rein, weil ich ein paar Passagen gesehen habe, die echt wichtig sind. Bratwurstbelehrung oder Ausschluss? Wie können Ungeimpfte umgestimmt werden? Darüber diskutierte Markus Lanz mit seinen Gästen, darunter die Philosophin Svenja Flasspöhler. Eine dramatische Entwicklung schilderte die Chefin des Ethikrates, Alina Buchsbüchs, wie auch immer sie spricht. Ich habe selten jemanden gesehen, der am Ende des Namens ein Y und X hat. Wie dem auch sei. Schon allein hier geht es los, wie kann man Ungeimpfte umstimmen? Also eine andere Lösung gibt es gar nicht, die müssen das machen. Die dürfen keine eigene Meinung haben und die dürfen auch sich nicht verweigern. Es geht ums Umstimmen oder ums Zwingen, vielleicht auch dazu später. Aber es gibt halt nur eine Meinung. Es gibt nur eine Lösung. Und da sind wir schon in den ersten vier Zeilen in der Diktatur angekommen. Eine Gesellschaft, die nur eine Meinung akzeptiert, ist keine freiheitliche. Man wäre genatscht, sagt Philosophin Svenja Flasspöhler. Also gelockt, gelenkt durch die Bratwürste, durch alles mögliche. Und ich glaube, dass das kein... Moment. Ich glaube, dass das kein wirklicher Weg ist, Leute dazu zu bewegen, ihre innere Einstellung zu verhindern. Das ist richtig. Wenn ihr mir so kommt, sage ich nämlich, fick euch. Ihr wisst schon. Ihre Position war klar. Eine Impfung sei etwas sehr Intimes. Das betrifft meinen Körper und wir haben auch in anderen Bereichen das Recht, in jeden Eingriff in unseren Körper erst einmal abzulehnen. Gleichzeitig sagt Flasspöhler, sie sei selbst geimpft. Richtig. Es wird immer gesagt, bei der Abtreibung, und da ist es ja eben nicht so, dass ich über meinen Körper selbst entscheiden darf. Bei der Abtreibung kommt aber hinzu, dass natürlich ein Kind tötet dabei, das im Mutterleib ist. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da betreffe ich ihn anders. Übrigens, das ist die gleiche Argumentation. Jetzt weiß ich auch, den Gedankengang hatte ich gestern, habe ihn nur wieder vergessen. Die gleiche Argumentation oder eine ähnliche, wie jetzt bei der Piksung. Du musst das machen, weil du gefährdest die Leben von anderen. Und deshalb musst du das tun. Und deshalb darfst du nicht über deinen eigenen Körper entscheiden so richtig. Weil du die Verantwortung für die anderen hast, weil du im Prinzip ein potenzieller Mörder bist. Ich übertreibe es mal ein bisschen. Deshalb hast du nicht die Freiheit über deinen Körper. Ja, das wäre aber bei einem Schwangerschaftsabbruch auch so. Du tötest nämlich ein anderes Leben. So, also da wird aber dann gesagt von den Linken, von der Schickeria, nein, das geht nicht. Die Mutter hat das Recht, es ist ihr Körper. Wann genau haben wir angefangen, Leben gegeneinander aufzurechnen? Also, dass wir jetzt sagen, also ein Kind kannst du abtreiben, ist ja auch noch nicht geboren und noch kein richtiges Leben, das kannst du machen. Aber wenn du viele sozusagen gefährdest, da draußen theoretisch jedenfalls, also noch nicht mal akut konkret, also bei einem Schwangerschaftsabbruch, es ist ja eine klare Geschichte, hier ist es nicht so. Wann haben wir damit angefangen zu sagen, also wir können jetzt die potenziell vielen, die es theoretisch geben könnte, die können wir gegen ein Leben, was sicher getötet wird, aufrechnen? Wann haben wir das angefangen so zu denken? Weil das darf man nämlich eigentlich nicht. Das ist genau das, warum das Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde der Menschen. Es ist eben nicht so, dass ich kollektiv ein Leben gegen mehrere aufrechnen kann. Da seht ihr mal wieder, wie die Diskussion hier ad absurdum geführt wird. Auf der einen Seite argumentieren sie so, auf der anderen Seite, nee, da machen wir es jetzt mal anders. Nee, das ist nicht konsequent. Also entweder mein Körper gehört mir, ich entscheide, oder nicht. Aber ich kann nicht einmal sagen, weil es mir passt, machen wir das jetzt so, und bei der anderen Geschichte machen wir es anders. Das ist eine inkonsequente Argumentation. Das ist nur mal so ein Nebenast, den ich ganz interessant fand. Gut. Mehr Druck auf Ungeimpfte forderten, dagegen andere in der Talkrunde bei Markus Lanz, etwa der einzige Politiker, Rainer Haseloff. Äh, Hasel, was? Haseloff, so. Also es ist jetzt inzwischen völlig normal, dass Politiker sich hinschütteln und sagen, ich mache dir Druck. Ich versuche dich zu zwingen, ich versuche dich zu erpressen, ich versuche dir das Leben so schwer zu machen, das tust, was ich sage. Wann sind wir genau in diese Phase gekommen, dass wir das akzeptieren, dass wir da nicht aufstehen und nicht ausschreien und sagen, du willst mich erpressen und du sagst das öffentlich? Alter, du musst weg. Aus dem Amt raus. Das gibt es doch gar nicht. Wir sind doch theoretisch in Demokratie, oder nicht? Du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, ich zwinge dich jetzt dazu, indem ich dir Druck mache. Wo sind wir denn hingekommen, dass wir das nicht mehr wahrnehmen und dass Leute das regelmäßig sagen dürfen? Unglaublich. Der Ethikrat werde sich mit der Frage einer Impfpflicht beschäftigen müssen, sagte der Ministerpräsident Sachsen-Anhalt auf Nachfrage Lanz. Nur mal kurz die Frage, gibt die Politik jetzt Anweisungen an den Ethikrat? Also ist der Ethikrat bei der Regierung angestellt und muss machen, was die Politik ihm empfiehlt? Oder haben die auch einen eigenen Willen? Oder wie? Also, ich meine, ich kenne die Antwort, ne? Ich habe mich schon für ewige Zeit mit dem Ethikrat ganz früh mal beschäftigt und hatte da schon düstere Prognosen gemacht und das ist schon bestimmt ein Jahr her und offensichtlich hatte ich recht. Gut. Eine neue Bundesregierung muss jetzt auch dazu nochmal eine Position erarbeiten, so der letzte bekannte CDUler, der eine Wahl gewonnen hat. So, übrigens Frau Merkel, die wollte jetzt mal eine Ministerpräsidentenkonferenz machen und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass die schon ihren Abschied so richtig wahrgenommen hat. Die regiert einfach weiter im Augenblick noch, ne? Bin ich sicher, ob die wirklich begriffen hat, dass sie eigentlich jetzt theoretisch raus ist. Oder weiß sie mehr als wir? Ich hoffe nicht. Außerdem müsste es um die Frage der Kapazitäten in Kliniken gehen. Etwa, ob es wieder eine Freihaltepauschale für die Krankenhäuser gäbe, weil mit jedem infizierten Kranken, der Corona hat, ein Krankenhaus rote Zahlen schreibt. Aha. Ähm, das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber okay. Schrittweise hocheskalieren. Alina Bücks, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, warnte davor, die Impfung nur als Privatsache zu sehen. Diese freie Entscheidung, sich nicht zu impfen, die hat eben Effekte auf uns alle. Und das ist der entscheidende Satz von der Vorsitzenden des Ethikrats. noch mal, warnte davor, die Impfung nur als Privatsache zu sehen. Diese freie Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, die hat eben Effekte auf uns alle. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Die sagt nämlich, dein Körper gehört nicht alleine dir. Das ist nicht allein deine Entscheidung für deinen Körper, sondern die anderen, die müssen eigentlich mitbestimmen. Das steckt da drin. Indirekt natürlich. Aber genau das steckt da drin. Du hast Rücksicht auf unsere Meinung zu nehmen, wenn du über deinen Körper entscheidest. Und da sage ich, nein, habe ich gar nicht. Habe ich überhaupt nicht. Ihr könnt nicht so viele Medikamente reinpumpen, wie ihr wollt, und Drogen, was weiß ich. Ich muss das nicht machen. Ich muss nicht mitmachen. Ich bin ein freier Mensch. Punkt. Das, was man jetzt machen muss, ist, dass man schrittweise schaut, dass man es so grundrechtsschonend wie möglich hinkriegt, aber dennoch genug Maßnahmen einführt. Und da muss man die sozusagen schrittweise hoch eskalieren. Äh, warte, den Satz muss ich echt nochmal lesen, weil der wirkt gerade voll unglaubwürdig auf mich. Äh, nein, unglaublich auf mich. Grundrechtsschonend, aber jeder genug, da müssen wir. Also, dieser Satz ist unfassbar. Man muss jetzt schauen, dass man schrittweise ist grundrechtsschonend wie möglich. Also, volle Grundrechte geht schon mal gar nicht, das ist schon mal klar. Aber dann muss man es langsam hoch eskalieren. Ach so. Heißt hoch eskalieren nicht, dass ich, also Eskalation ist immer was Schlimmes. Heißt sich hoch eskalieren dran, dass es nicht so richtig grundrechtsschonend ist? Oder wie darf ich das verstehen? Wir reden hier von der Vorsitzenden des Ethikrates, ne? Nochmal. Das ist das Feigenblatt, was die Regierung gibt, damit sie alles tun kann. Die sagen dann nämlich, das hat der Ethikrat gemacht. Das sind die moralischen, das ist der Schreien der Weisen, ja? Das ist die moralische Crème de la Crème. Wenn die das sagen, dann ist es richtig. Das ist deren Job, ne? Offiziell. Für die Politik. Das ist ein Vehikel, die nutzen die, sozusagen. Sind die wirklich politisch unabhängig? Ich glaube nicht. Dabei müsste es regionale Unterschiede geben. Saarland ist nicht Sachsen und Thüringen ist nicht Schleswig-Holstein. Aber das wird jetzt eine Gestaltungsaufgabe der Politik. Genau. Mit Sachsen möchte man vielleicht ein Exempel statuieren. Ich bin sehr gespannt, wie die Sachsen jetzt abgehen werden. Ich hoffe, sie tun es richtig. Philosophin Flassböller zeigte ein Dilemma auf, zumindest aus ihrer Perspektive. Ich glaube tatsächlich, dass Druck eher trotz Ausdust bei den Leuten. Ja, das ist richtig. Habe ich schon öfter darüber gesprochen. Schenke ich mir an der Stelle. Als Journalist in der Runde erklärte Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur von Weltzusammenhänge. Er illustrierte mit einem Blick nach China, dass es bei den diskutierten Fragen nicht immer nur schwarz oder weiß gibt. Oh, das ist voll rassistisch. Irgendwie kommt mir das voll rassistisch vor, die Aussage. Ich weiß nicht. Da müsste man nochmal nachfragen, ob das so ganz genderkonform war und so. Egal. Die Impfe ist nicht das Gegenteil von Freiheit. Und das Gegenteil von Freiheit ist der Lockdown. Doch eine Zwangsimpfe ist das Gegenteil von Freiheit. Wenn ich so genötigt werde, dass ich quasi gezwungen bin, weil ich keinen Job mehr kriege und nicht mehr rausgehen darf, mich impfen zu lassen, dann ist das das Ende von Freiheit. Genau das ist es. Deshalb machten die Chinesen bei ihren Leuten keinen Druck beim Impfen, so der Journalist. Weil die Chinesen machen sofort Lockdown. Wenn irgendwo ein Fall ist, da kennen die nichts, da mauen die notfalls die Tür zu. Ach so. Ach so. Also, die Drohung, wenn ich mitmache, kriege ich dann Lockdown. Das ist, also das ist ja überhaupt kein Druck. Die machen ja gar keinen Druck beim Impfen. Die machen nur, wenn ein Fall ist, eine ganze Stadt zu. Und eine Million Leute zeigen mit dem Finger auf den und sagen, Alter, diese Scheiße haben wir wegen dir am Hals. Jetzt lass dir gefälligst die Nadel reinjammen, rein, rein, Gott, ich verliere die Sprachfähigkeit, reinjagen, ja, reinrammen, weil wir haben keinen Bock auf den Mist. Ja. Das ist kein Druck? Echt nicht? Also, wir mauen da notfalls die Tür zu, das ist kein Druck? Aha. Ist das Sarkasmus? Oder habe ich es nicht verstanden? Oder wie? Vielleicht hat er es sarkastisch gemacht und ich habe es gerade nicht gerafft. Und die Chinesen bären Leuten keinen Druck beim Impfen. Achso, aber die machen Lockdown und mauen die Tür zu. Das ist kein Druck. Okay, gut, das ist halt, ja, das sind unsere Journalisten halt heute, ne? Intensivpflege und Ungeimpfte, das Drama in den Kliniken. Wir dringend der Handlungsdruck von... Wieder ein Schreibfehler. Wie gesagt, die können alle nicht mehr schreiben. Wenn ich Schreibfehler habe, ist das okay, ich bin kein Journalist, finde ich. Ist vielleicht auch nicht schön. Aber die kriegen eigentlich keinen Artikel mehr ohne Schreibfehler oder ganz selten. Egal. Wie dringend der Handlungsdruck vor dem zweiten Corona-Winter ist, zeigte die Medizinethikerin Büchse auf. Sie schilderte eindrücklich die Situation von Intensivpflegern in Kliniken. Die Leute sind auch moralisch erschöpft, also nicht nur von einem Knochenjob erschöpft, berichtet sie. Man hört das immer mehr, also anekdotisch, aber auch durch breite Befragung. Oh, man hört. Sage mal, ich habe es gehört. Das ist jetzt die Begründung, ja, das ist jetzt Wissenschaft, ne? Ja, warum sind die erschöpft? Warum sind die frustriert? Nicht speziell wegen Corona. Das ist nur aus Sahnehäubchen. Weil die Leute seit Jahrzehnten verheizt werden. Weil die einen Knochenjob haben. Weil die Familien kaputt gehen. Wegen der Schichten. Weil es zu schlecht bezahlt ist. Weil der Druck enorm hoch ist. Das ist doch aber nicht die letzten zwei Jahre so. Das ist schon lange so. Ja? Das hier jetzt als Begründung heranzuhen ist eine Frechheit normalerweise. Die Versäumnisse der Politik, ja, vieler, vieler Jahre wird jetzt herangezogen, um Leute vielleicht demnächst mit einem Lockdown für Ungeimpfte einzusperren. Unglaublich sowas. Und das müsste einer vom Ethikrat wissen. Die Pfleger kümmerten sich viel um Ungeimpfte Corona-Patienten. Ja, nochmal. Wie werden denn Geimpfte und Ungeimpfte gezählt? Da war doch was, ne? Nochmal nachschauen. Nochmal schlau machen. Diese Zahlen, die man euch gibt mit Geimpft und Ungeimpft auf den Stationen, die sind nichts wert, weil so gezählt wird, wie viel gezählt wird. Ich, ne? Recherchiere das nochmal. Ich will es gar nicht nochmal aufbringen, das Thema. Möchte auch nicht gesperrt werden. Also von daher, guckt selber nochmal nach. Bei denen man wisse, das wäre vermeidbar. Und ich spreche mit ganz vielen, die mir sagen, ich komme abends nach Hause und ich weiß, ich habe die Herzpatienten nicht so gut behandelt, wie ich das eigentlich gerne machen würde. Ich habe mich um die Chemopatienten nicht so gut kümmern können, wie ich das gerne gemacht hätte. Weil wir 10 Ungeimpfte Corona-Patienten auf Stationen haben. Alter. Ist das dreckig? Ist das dreckig? Das ist die Vorsitzende des Ethikrates? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wird hier Folgendes gemacht. Das Leben vieler wird gefährdet wegen der scheiß Corona-Patienten. Wegen der dreckigen Ungeimpften, die hier nicht mitmachen. Die gefährden hier direkt Leben, weil die armen Krankenhauskrankheiten. Die kann sich ja nicht wehren. Also im Notfall muss ich ein paar Leute sterben lassen, weil da halt die blöden Ungeimpften liegen. Das ist die Aussage. Das ist eine Frechheit hoch 10. Wir haben 4000 Betten abgebaut oder ich glaube sogar mehr. Die Pflegebranche ist seit Minimum 10 Jahren voll im Eimer. Alter, schreckt mich voll auf hier. Ist ja unglaublich. Das ist der Ethikrat mit solchen Aussagen? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Das ist doch nicht die Schuld der Ungeimpften, dass jetzt Schemos und so verschoben worden sind. Letztes Jahr hat man das gemacht. Auf Verdacht hat man die Leute nicht behandelt. So ist es gelaufen. Bei leeren Betten. Und jetzt schiebt man das hier den Ungeimpften in die Schuhe? Das kann doch nicht wahr sein, sowas, wenn ich das hier sehe. Von moralischer Stress, dem die Pflege ausgesetzt entsprach Büx und den gäbe es jetzt schon lange. Es verlassen immer mehr Pflegekräfte den Beruf. Also müssen wir uns klar machen, das wird nicht besser werden, sondern das wird schlechter. Die Impfung steht auf der Seite der Freiheit. Alter, das wird mir mal besser, ich hätte die vorher lesen sollen. Gute Gründe für weitere Versuche, die Impfquote zu erhöhen. Im Sinne der Freiheit geht es nach Robin Alexander, der wiederholte. Die Impfe steht auf der Seite der Freiheit. Die andere Seite ist der Lockdown. Und wenn wir Grundrechte nutzen wollen, frei leben, wenn jeder machen können soll, was er will, dann müssen wir impfen. Es hilft nichts. Alter, das ist ja ein so unfassbar unterirdischer Artikel in dieser Talkshow. Die müssen ja auch so unterirdisch gewesen sein. Die Impfe steht auf der Seite der Freiheit. Alter, ich mache Druck, ich erpresse die Leute, ja. Ich will sie mit aller Gewalt reinjagen. Wir reden hier davon, dass Grundrechte hier dauerhaft übergehend abgeschafft werden. Und der sagt, die Impfe steht für Freiheit. Ja, die Impfe bringt dich wieder in die Freiheit, weil dann gibt es keinen Lockdown mehr. Ja, achso, warte, ich habe mich also erpressen lassen, ja, weil die Politik sagt, wir müssen einen Lockdown machen und nehmen euch die Grundrechte weg. Und deshalb, wenn ich tue, was der Staat möchte und mich impfen lasse, dann kriege ich die Freiheit wieder. Deshalb steht hier Impfe für Freiheit. Ne, das ist Schutzgelderpressung. Alter, das ist Schutzgeld. Ich zahle mein Schutzgeld und da werde ich in Ruhe gelassen. Bis zum nächsten Mal. Das ist es. Die Impfe steht nicht auf der Seite der Freiheit. Das ist Schutzgelderpressung. Das ist so unfassbar, dass unsere ganzen Medien diesen Trara mitmachen und nicht willens sind, noch klar zu denken oder klar zu formulieren und hier nochmal ganz klar ein Statement zu geben. Die Einzelnen, die das ein bisschen anders machen, ist das Bild. Und denen traue ich trotzdem nicht über den Weg, auch wenn sie einen guten Job machen. Mal gucken, ob das weiter so gemacht wird jetzt nach Reichelt. Aber das ist natürlich auch so bei denen. Die sind alle voll auf Impfen eingestellt. Die wollen alle impfen. Die sind alle geimpft. Die haben da nicht einen Typ mal in der Sendung gesagt, ich bin ungeimpft. Wisst ihr, es wird immer über andere gesprochen, ohne dass man die hinzuzieht. Man könnte ja auch mal sagen, das ist übrigens die regelmäßige Diskussion, wenn es um Rassismus geht. Angeblich sitzen dann immer keine Schwarze in der Sendung und so. Setzt doch mal, holt doch mal Ungeimpfte in die Sendung. Fragt doch mal, wie fühlt ihr euch damit? Was ist emotional bei euch los? Was denkt ihr? Habt ihr Angst? Fühlt ihr euch schlecht behandelt? Wie fühlt ihr euch? Macht keiner. Könnte man ja auch mal machen. Könnte auch Bild mal machen. Bild könnte auch mal jemanden haben, der mitdiskutiert und sagt, also ich bin ja der Ungeimpfte in der Runde. Wird nicht gemacht. Auch nicht bei Bild. Ich will jetzt Bild nicht so schelten. Bild macht insgesamt einen guten Job im Augenblick. Aber trotzdem, die sind alle voll pro Impfen. Also eine Position nicht impfen, die wird nicht vertreten. So richtig. Und der, der sie vertritt, wird medial gesteinigt. Haben wir ja gerade wieder gehabt. Was jetzt auf Precht losgeht. Gut, Precht hat es echt verdient. Also mit Precht habe ich echt gar kein Mitleid. So überhaupt nicht. Aber wenn man guckt, was der Spiegel jetzt über Precht schreibt. So schnell kann man fallen, sage ich nur. Vorhin noch der Gute, jetzt der Böse. Gut. Also nochmal. Die Impfen steht auf der Seite der Freiheit. Nein. Die andere Seite ist der Lockdown. Ja. Das ist politische Gewalt gegen den Bürger. Das ist der Lockdown. Und wenn wir Grundrechte nutzen wollen. Freileben. Wenn jeder machen können soll, was er will. Dann müssen wir impfen. Es hilft nichts. Das heißt übersetzt Zeugendes. Wenn ihr eure Grundrechte wollt. Wenn ihr Freiheit wollt. Wenn ihr machen können wollt, was ihr wollt. Dann müsst ihr dem Staat gehorchen. Ihr müsst akzeptieren. Es gibt nur eine Meinung. Und ihr müsst genau das denken und tun, was der Staat will. Nur dann dürft ihr frei sein und Grundrechte haben. Habt ihr mal nach Schweden geguckt? Herr Alexander. Haben Sie mal nach Schweden geguckt? Da geht das nämlich ohne. Das sind ja auch frei, die Leute. Da muss man nicht die Meinung des Staates haben. Da geht es auch ohne. Das ist so unterirdisch. Ich kann es überhaupt nicht fassen, was in diesem Land abgeht. Und bei dieser medialen Beschallung, die seit Jahrzehnten so läuft. Da habe ich fast ein bisschen Mitleid mit den ganzen Schafen, die es nicht raffen. Weil die werden ja so gebrainwashed. Die können ja fast gar nicht mehr anders. Das wird denen ja so ins Hirn gewaschen. Das ist ja eine derartige Indoktrination. Da muss man sagen, gut. Tut mir leid. Viele werden es nicht verstehen. Die sind nicht so klaren Geistes. Die kriegen es halt nicht hin. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt voll der arrogante Schurbler. Der denkt, er hat die weiße Hände Döffeln gefressen. Aber in dem Fall sehe ich das halt auch wirklich so. So sehe ich es. Dazu stehe ich auch. Und gut. Wird wahrscheinlich nichts nützen. Aber das ist wirklich absolut unsäglich hier. Unsäglich. Na gut. Kommt, da habe ich nicht gelesen. Reicht für heute. Keine Ahnung, wo das noch hier hinführen soll. Teilt das Video bitte. Kommt auf meinen zweiten Kanal, falls es auf dem ersten Kanal sein sollte. Wäre super, wenn ihr mich unterstützt mit einem Abo etc. Dass ich ein bisschen wachse. Das ist das, wofür ich es mache. Ich möchte Leute erreichen zum Nachdenken anregen. Und auch mal eine andere Meinung spiegeln. Ich sage nicht, dass ich immer recht habe. Ich sage nicht, dass ich keine Fehler mache. Ich sage nur, das ist meine Position. Die werfe ich in den Ring und wir können darüber diskutieren. Und man kann es anders sehen auch. Aber das ist schon zu viel in Deutschland normalerweise. Das ist eigentlich schon zu viel. Weil normalerweise wird nicht diskutiert mit Leuten wie mir. Weil ich bin ein Schwurbler. Oder Rechtsradikal oder Nazi. Oder ich weiß es nicht. Das muss sich ändern in Deutschland. Und dann haben wir alles 곱bring nicht diesem Tag. Okay. Und dann bitte geht es gerne an. Oder ich kann es nicht Puerto segundos geben. Ich sage nicht einmal an.